So, Eishockey-Freunde zu Hause. Heute in der Früh noch ein kleines Workout, aber jetzt Showtime. Stellikup-Finale Spiel 4. Und ihr seht hier diesen Plaza. Normalerweise ist Public Viewing in Las Vegas hier draußen. Aber weil es heute um die 40 Grad hat, ist das ganze Public Viewing nach drinnen verlegt worden, in die T-Mobile Arena. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Touchin' me, touchin' you. Spiel 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 9. 10. 11. 11. Spiel 4 ist Geschichte. Washington Capitals gewinnt gegen Vegas Golden Knights, verdient am Ende würde ich sagen. Deswegen führt er die C-Camps mit 3 zu 1 und sind mit einer Hand schon ganz nah am Kampf. Und Philipp Kubauer, der kommt am Donnerstag hier nach Sin City zum Spiel 5. Und wir warten auf dich, Kubi. Und bis dahin, tschau, one out.